Eigentlich ist Erwin Beckert als erfolgreicher Wellensittich-Züchter bekannt. Doch er hat noch eine zweite große Leidenschaft. Seit fast 40 Jahren sammelt der großen Kneter Kugelschreiber. In den Jahrzehnten kamen so 19.306 Stifte zusammen. Ans Aufhören beim Sammeln denkt Beckert nicht. Er mache so lange weiter, wie es gehe. Ich besitze teilweise Kugelschreiber von Unternehmen oder Zahnarztpraxen, die es gar nicht mehr gibt, sagt Beckert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017